Willkommen bei den Wirtschaft TV News. Dass der Tesla-Gründer und zurzeit reichste Mensch der Welt Elon Musk von Journalisten verfolgt wird, ist nichts Neues. Aber ein Teenager aus Florida treibt es auf die Spitze. Der 19-jährige Jack Sweeney veröffentlicht regelmäßig auf Twitter exakt wann und wo der Privatjet von Elon Musk landet. Laut Spiegel Online hat der Account namens Elon Jet schon mehr als 200.000 Follower. Der 19-jährige Betreiber lässt demnach auf dem Nachrichtendienst die Flüge des Privatjets von einem Bot, also einem automatisch laufenden Programm, verfolgen. Musk ist mittlerweile um seine Sicherheit besorgt. Laut dem Nachrichtensender CNN soll er den Studenten gebeten haben, die Verfolgung seiner Flüge zu beenden. Er möge die Vorstellung nicht, von einem Verrückten erschossen zu werden und bot 5000 Dollar für das Löschen des Accounts. Sweeney soll geantwortet haben, dass ihm die Summe nicht genug sei für das, was er daran habe. Er fordere 50.000 Dollar und einen Praktikumsplatz bei Tesla. Ob Musk sich auf solche Verhandlungen einlassen will, ist bisher nicht bekannt. Der Studienanfänger hat inzwischen rund ein Dutzend ähnlicher Accounts für die Privatjets von prominenten Managern wie Microsoft mit Gründer Bill Gates und Amazon-Gründer Jeff Bezos erstellt. Das waren die Wirtschaft TV News. Bis zum nächsten Mal.